Heute stellen wir ein altes Desinfektionsmittel namens Jodoform her. Basically Krankenhausluft in einem Molekül. Es ist nicht giftig oder sonst irgendwie gefährlich in den Mengen, aber es riecht einfach sehr intensiv. Zu den Geräten. Wir brauchen eine Heizplatte mit Rührfunktion, einen Erlmeierkolben und einen Rührfisch. An Chemikalien brauchen wir eine Jodtinktur aus der Apotheke, Ethanol, einmolare Natronlauge und Destwasser. Zunächst werden einige Tropfen des Ethanols zusammen mit einem Milliliter der Natronlauge in den Kolben gegeben. Ich fülle das Ganze noch mit etwas Wasser auf, damit der Rührfisch besser rühren kann. Anschließend wird das Gemisch auf 60 Grad erhitzt. Werde nun 5 Milliliter der Jodtinktur dazugegeben, bildet sich das Jodoform. Wenn die gelben Jodoformkristalle nach dem Beenden des Rührens immer noch vorhanden sind, habt ihr alles richtig gemacht. Und wie funktioniert das Ganze? Eigentlich war das früher mal ein ganz netter Nachweis für Alkohole. Nur der gibt leider auch ein positives Ergebnis für sekundäre Alkohole, Ketone und Aldehyde. Also jetzt nicht gerade ein sehr spezifischer Nachweis. Wie dem auch sei. Ethanol reagiert mit elementarem Jod- und Hydroxidion zu Jodoform und Formiat. Guckt man sich den Reaktionsmechanismus an, bildet sich im ersten Schritt aus den Edukten Ethanal- und Jodwasserstoff. Der ganze Mechanismus ähnelt der Haloform-Reaktion. Nur zum Glück machen wir das Ganze nicht mit Aceton und Brom, da wir ansonsten Tränengas als Zwischenprodukt hätten. Das Produkt Jodoform ist im Gegensatz zum Bromoform oder dem viel bekannteren Betäubungsmittel Chloroform keine Flüssigkeit, sondern offensichtlich ein gelber Feststoff. Damit verabschiede ich mich. Tschüss. 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 Hos.